Hallo liebe Foto-Freunde. Heute geht es um Fitness-Shooting mit Vivian. Vivian Johnson ist Model, ist Fitnesstrainerin, Komparsin und Kleintausstellerin. Spielt auch mit, ich glaube im Tatort. Tatort habe ich mitgespielt, Vorstadtweiber, die Super-Serie. Passt mal auf, ob ihr sie seht im Bild. Die nächste Stafel wird bald ausgestrahlt. Die vierte Stafel ist schon dabei. Und wir haben uns gedacht, wir lassen euch ein bisschen so hinter die Szene schauen, wenn wir dieses Fitness-Shooting heute machen. Gleich geht es weiter nach dem Intro. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Vivian, eine Pause haben wir uns jetzt verdient. Wir haben schon ein, zwei Stunden jetzt gearbeitet. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Aber was mich auch interessiert, wie ist das so am Filmset, beim Film? Du magst ja auch sehr viel Komparserie. Ja, ich mache sehr viel Komparserie. Bin ich auch bei verschiedenen Agenturen in Wien. Seit 20 Jahren bin ich bei Extras. Das muss ich sagen, ich bin bei jeder Agentur sehr zufrieden. Ja, ich bekomme. Ich bekomme die meisten Angebote für verschiedene kleine Darstellerrollen. Auch Statistin bin ich. Komparserie, Edel, Kompasse. Wie gesagt, jetzt der letzte Drehtag, die waren zwei Tage hintereinander. Das war bei Vorstadt. Und ich muss sagen, nicht nur die österreichische Komparserie, aber auch die Filme sind dabei. Und ich muss sagen, das macht mir wahnsinnigen Spaß. Und wie sind die Schauspieler? Setzen sich die ab von den Komparsen oder kann man auch mit denen planen? Ja, wir können, es ist verschieden. Es hängt, ob die im Stress sind oder haben mit dieser Verschobung oder, aber die meisten sind alle lieb. Und hast du nicht auch Lust, vielleicht in die Schauspielerei zu gehen? Oh ja, gerne. Vielleicht werde ich einmal erfunden. Ja, man ist vielleicht. Würde ich dir wünschen, weil ich halte dich auch für ein schauspielerisches Model. Ja, das merkt man auch beim Posing und so weiter, dass du das sehr gerne magst. Und in welcher Serie werden wir dich demnächst sehen im Fernsehen? Ja, wie gesagt, Vorstadt Weiber. Jetzt ist die vierte Episode. Dann Tatort, Schnellermittel, Sokodonau. Dann bekommen auch die neuen Filme. Ich kann nicht alles verraten. Okay, okay. Wie beim Film üblich, wird nicht alles verraten. Bevor das nicht ins Kino kommt oder noch nicht im Fernsehen, ist das da wo. Und bist du bisher zufrieden mit dem Shooting? Ja, sehr zufrieden. Okay, ich glaube. Wir haben uns gut verstanden und ich liebe es einfach. Ich glaube, das ist wichtig, dass man auch Vertrauen hat, dass Model und Fotograf und Visagisten auch irgendwie zueinander passen. Dann wird das eine gute Teamarbeit. Aber ich glaube, jetzt werden wir dann langsam weitermachen. Genau. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020